Vielleicht zuerst ganz allgemein, wo steht die Schweiz verteilungspolitisch? Man muss ja unterscheiden, bei der Verteilung von Geld in der Schweiz, vom Wohlstand, Einkommensverteilung, das ist das, was wir jedes Jahr an Lohn oder was immer einnehmen, und Vermögensverteilung, also die Verteilung von allen Gütern in der Schweiz, Häuser und Kapitalvermögen und so, und das ist ein Unterschied. Bei der Einkommensverteilung steht die Schweiz, das wird ja so gesagt, landläufig, nicht so schlecht da. Das stimmt, wenn man das mit anderen Ländern im Quervergleich anschaut, ist die Schweiz etwa im Durchschnitt. Bei der Einkommensverteilung von allen reicheren Ländern, sagen wir mal so. Das ist aber nicht unbedingt etwas Gutes, weil alle Länder haben sich in den letzten 20, 30 Jahren bewegt zu einer ungleicheren Verteilung der Einkommen, und die Schweiz hat sich da einfach mitbewegt. Wir sind einfach gleich schlecht wie alle anderen. Wir sind gleich schlecht wie alle anderen. Es gibt Länder, es gibt aber vor allem in Europa, einige Länder, die haben eine deutlich gleichere Einkommensverteilung als die Schweiz. Das sind vor allem die Skandinavischen. Skandinavischen, es ist Österreich. Auch Deutschland hat eine etwas gleichmässigere, aber nicht viel. Aber was bei der Schweiz ganz krass ungleich ist, ist beim Vermögen. Und das Vermögen in der Schweiz, also alles was wir haben da, Liegenschaftenvermögen, Kapitalvermögen, das ist extrem ungleich verteilt. Das ist die Schweiz eines der Länder, die die ungleichste, ungerechteste Verteilung hat, zusammen mit den USA und ein paar exotische Länder, sage ich jetzt in Anführungszeichen exoten, wie Saudi-Arabien oder so. Also eigentlich nur die Monarchie sind so schlimm wie wir. Monarchie und die USA, ja. Warum? Ja, in der Schweiz, das ist, glaube ich, ein Prozess, der über mehrere Jahrzehnte gegangen ist, haben sich die Vermögen, die sowieso ungleich verteilten Vermögen immer wieder vererbt. Und wir hatten keinen Krieg, keine grössere Krise wie andere Länder. Das heisst, wir haben sich eigentlich auch über den Weltkrieg heraus, haben sich die Vermögen vererbt. Und das hat, ja, der Teufel hat immer auf den grössten Haufen geschiessen, sagen wir so zu sagen. Und das ist sicher ein Grund, der Zweigrund ist, dass die Mobilität zwischen den sozialen Schichten, das heisst, dass die Möglichkeit von ganz unten ganz rauf zu kommen oder von oben runter zu gehen in eine untere Schicht, das ist in der Schweiz ganz auf einem kleinen Niveau im Vergleich zu anderen Ländern. Also die, die wirklich in den unteren Einkommensschichten sind, haben kaum eine Chance, rauf zu kommen. Das zeigt sich auch die Bildung. Die haben auch wenig Chancen, zum Beispiel von Hochschulbildung. Und die obersten Schichten, die sich immer reproduzieren. Ja, also die, die oben sind, haben auch die Kinder dann wieder viel Einkommen und dadurch wird die Vermögen nie wirklich aufgebraucht. Das ist über Jahrzehnte passiert in der Schweiz, über 100 Jahre oder noch mehr. Und das ist sicher ein Grund. Und dann gibt es natürlich noch einen dritten Grund, dass auch viele Reiche in die Schweiz kommen. Aus welchen Gründen auch immer, vor allem aus steuerlichen Gründen und damit in einem grossen Vermögen sitzen und sitzen bleiben. Aber gar nicht unbedingt Einkommen da erzielen und darum nur die Vermögensungleichheit verschärfen. Ist das in dem Fall so die grösste Herausforderung? Wie bringen wir die Vermögensungleichheit weg? Das ist die grösste Herausforderung, weil über die Ungleichheit von Vermögen gibt es natürlich auch eine Ungleichheit bei den Einkommen. Wenn wir das Vermögensungleichheit milderen können, dann gibt es eine gerechte Einverteilung der Einkommen. In diesem Fall ist der Konflikt eigentlich nicht der zwischen Manager und Bützer, sondern ein ganz klassisch zwischen Kapital und Arbeit. Ja, nein, es ist aber auch schon beides. Zwischen Kapital und Arbeit ist es einerseits und natürlich Kapitalseite auch für den Vermögensbesitzer. Also quasi für den Kapitalisten, die nur Vermögen haben und nicht wirklich Unternehmer sind. Das gibt es sicherlich bei beiden. Man muss beides anschauen. Und es gibt auch beides in der Schweiz, das ist klar. Aber es geht natürlich auch um die Ungleichheit zwischen den Lohnungsempfängern. Also die Lohnungleichheit in der Schweiz ist auch eher ungleicher geworden als besser. Das hat sich nicht so stark verändert, aber es ist auch ungleicher geworden zwischen den Spitzenlöhnen und den Unterlöhnen. Okay. Und wenn man dann politische Handlungsspielräume sucht, dann gibt es ja immer den Begriff der Primäreinkommen. Also schaut man die Löhne und Kapitaleinkommen, dass die gleiche verteilt sind. Oder dann von den verfügbaren Einkommen, also über Prämieverbilligungen und so, dass auch die, die eher schlecht darstellen beim Primäreinkommen, dann doch noch etwas überkommen. Welcher Ansatz ist da effektiver? Also die Hauptaufgabe der Gewerkschaft ist sicher das Primäreinkommen zu verbessern. Das heisst, im Prinzip die Lohnquote zu erhöhen oder den Anteil der Löhne am Gesamteinkommen zu erhöhen oder mindestens auf dem Niveau behalten, das wir heute haben. Und die unteren Löhne zu verbessern, zu Lasten von den oberen oder auch nicht zu Lasten von den oberen, ist nicht so wichtig, auf alle die unteren und mittleren Löhne hochzubringen. Über Lohnerhöhungen, über bessere Mindestlöhne etc. Das ist ihre Aufgabe. Und die Aufgabe der Linken in der Politik ist, insbesondere die Sekundärverteilung über Steuern und bessere Sozialleistungen, bessere Verteilung anzubringen. Also Steuern ist natürlich ein ganz wichtiges Mittel zur Umverteilung. In einer zweiten Runde sozusagen. Und dort haben wir ja verschiedene Ansätze gehabt, 1 zu 12 ist einer gewesen, stimmt nicht, das ist primär, ja, nein, aber 99%-Initiative, Erbschaftssteuer und so weiter. Da gibt es verschiedene Ansätze gehabt, die richtig sind, die man auch wieder muss. Und wenn man jetzt nicht die Ansätze und die Realität betrachtet, wie effektiv ist die Schweiz in der Umverteilung nach dem Primäreinkommen? Schlecht. Die Schweiz ist eines der Länder, die am schlechtesten, wo es die wenigsten Umverteilung gibt über Steuern. Das hat die OECD mal festgestellt. Okay. Andere Länder machen das viel effektiver. Das hat damit zu tun, dass insgesamt die Steuerprogression in der Schweiz nicht hoch ist. Vor allem wie die Spitze kommen, das hört ja irgendwie, in der Kanto Zürich hört es glaube ich bei 230'000 auf. 250'000. 250'000 auf. Oben daran gibt es keine Progression mehr. Die einzige Sozialwärche, die wirklich eine gute Umverteilung macht, ist das AHV. Die müssen wir darum auch ausbauen, aber sonst gibt es wenig Umverteilung in der Schweiz über die Steuern. Also wenn sich mir da mal jemand über die Steuerprogression beklagt, dann würde ich sagen, im Ausland sind eigentlich wirklich und bei uns gar nicht so fest. Gut, dann vielleicht ein bisschen mehr zu dem Gleichheitsmonitor, den du damals geschrieben hast. Du hast ja diverse Kennzahlen, die du jedes Jahr neu reinnimmst, die du zusammensuchst oder du eigentlich selber berechnest. Gibt es so eine Lieblingszahl, also das, was du immer als erstes anschaust, wenn du einen Bericht machst? Ja, das Spannendste finde ich immer, auch wenn die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung herauskommt, die neu anzuschauen, wie hat sich die Lohnquote verändert. Das heisst also der Anteil der Löhne am gesamten Einkommen der Schweiz. Da gibt es in der Ökonomie die Auffassung, das sieht in der Schweiz wunderbar aus und so. Das verändert sich in den letzten 30, 40 Jahren nicht. Das stimmt, es hat relativ wenig Veränderung gegeben im Vergleich zu anderen Ländern, wo die Lohnquote krass zurückgegangen ist. Also USA ist sehr krass, aber auch Deutschland und die meisten grösseren, wirtschaftlich starken Länder in der Welt, dort ist die Lohnquote ziemlich deutlich zurückgegangen in den letzten 30 Jahren. Und in der Schweiz ist sie praktisch blieb, es ist leicht zurückgegangen. Wenn man es richtig rechnet, ist sie leicht zurückgegangen, aber sie ist nicht sehr stark zurückgegangen. Was heisst, wenn man es richtig rechnet? Rechnet es alle falsch und du richtig? Nein, die OECD rechnet immer mit dem BIP und dem Anteil der Löhne am Bruttoinlandsprodukt. Und das ist eigentlich nicht ganz korrekt. Ich mache es mit dem bruttonationalen Einkommen, das heisst, ich mache die ausländischen Vermögen, die in die Schweiz kommen, auch mitrechnen. Natürlich, die, die rausgehen, rechnen wir dann ab, aber da viel mehr in die Schweiz reinkommt, was rausgeht. Gerade für Vermögens einkommen, bei den Löhnen ist das nicht so wichtig, aber für Vermögens einkommen, das muss man natürlich mitrechnen. Und bei anderen Ländern spielt das nicht so eine Rolle, weil das, aber in der Schweiz kommen so viele ausländische Vermögen rein. Und wir sind relativ klein. Wir sind relativ klein. Dass das eben eine grosse Rolle spielt, das geht um Gewinne, das sind natürlich Gewinne von den Unternehmungen, aber auch Vermögens einkommen, welche Leute, die hier in der Schweiz leben. Und wenn man das einrechnet, dann ist die Löhnenquote leicht sinkend. Warum nur leicht? Ist das eigentlich gut? Also gut, besser als? Logisch, das ist besser als in anderen Ländern. Ich glaube, es hat zwei Ursachen. Das eine ist, dass wir wirklich erfolgreich waren bei der Stützung der Tieflöhne. Durch zehn Jahre oder noch mehr Tieflöhne, Mindestlöhne, da haben Gewerkschaften etwas erreicht. Zusammen auch mit dem politischen Arm, den politischen Parteien. Und der andere Grund ist der, dass es wahrscheinlich auch ein Statistischer hat in der Schweiz. Die Schweiz ist das Land mit den höchsten Managerlöhnen in der Welt. Weltweit? Ja, weltweit. Also vielleicht etwa gleich wie die USA. Und England hat dann noch höhere, aber mit die höchsten in der Welt. Und wenn man den Gewerkschaftsbund hat, mal einen Teil von diesen Managerlöhnen, was über eine Million ist, glaube ich, haben sie mal zu den Profiten gerechnet in der Volkskristallerexamtrechnung. Was auch ist. Es wird dann erst das deklariert als Boni aus dem Gewinn. Und dann sieht das schon anders aus. Dann haben wir eine sinkende, deutlich sinkende Lohnquote. Und ich glaube, das ist auch so ein statistischer Grund dahinter. Und in anderen Ländern, wo nicht so höhere Managerlöhnen gezahlt werden, spielt das nicht so eine Rolle. Das kann einen Grund mitziehen. Jetzt, wenn ich den Monitor angeschaut habe, ist es noch spannend gewesen. Ich habe gesehen, du hast ja die Verteilung zwischen den verschiedenen, so die obersten 10% gegen die untersten 10%. Wie steht das? Wie entwickelt sich das? Und dann sieht man, dass sich zwar der Unterschied zwischen den obersten 10% und den untersten 10% geht auf. Aber wenn man die obersten 10% mit dem Median, also mit dem mittleren Lohn vergleicht, dann bleibt das Verhältnis etwa konstant. Heisst das einfach, die Tiefenlöhne sacken völlig weg und allen anderen geht es noch okay? Oder auf was ist das? Ja, mir ist das auch erst jetzt aufgefallen, dass das so ist. Und du siehst auch, dass in den letzten zwei bis vier Jahren ist das eine parallele Entwicklung gewesen. Das heisst, die hohen Löhne haben sich zum mittleren Lohn wie auch zum tiefen Lohn gleich entwickelt. Sie sind leicht auseinandergegangen. Oder klar, eigentlich relativ deutlich auseinandergegangen. Wenn man es aber im 10-Jahresvergleich anschaut, ist das tatsächlich so, dass sich die hohen Löhne zu den mittleren Löhnen mehr erhöht haben. Und das widerspricht der These, dass eigentlich die tiefsten Löhne stabil geblieben sind. Beziehungsweise, dass sogar die Anteile der tiefen Löhne in der Schweiz hat sich sogar ein bisschen abgenommen. Das widerspricht dem. Und ich kann mir das nur so erklären. Wir wissen ja aus der Lohnstatistik, dass die tiefsten Löhne relativ gut sich entwickelt haben. Also die haben sich überdurchschnittlich entwickelt. Also die überdurchschnittliche Entwicklung heisst, sie sind wirklich gestiegen oder sie sind einfach weniger gesunken als in anderen Ländern? Sie sind gestiegen. Mehr gestiegen als die mittleren Löhne zum Beispiel. Und das ist ja gut. Das wollte man ja auch mit den Mindestlöhnen. Und gleichzeitig sind natürlich die Spitzenlöhne gestiegen. Also was ist da in der Mitte passiert? Und offensichtlich muss das so sein, dass die oberen mittleren Löhne, also sozusagen der populärste obere Mittelstand, der beste, der hat sich scheinbar mitentwickelt mit den hohen Löhnen, ist mitgegangen. Und der untere Mittelstand hat verloren. Also es wird ja so oft gesagt, von den Politikern, der Mittelstand ist unter Druck gekommen. Und andere sagen, das stimmt gar nicht. Also es ist ja statistisch, kann man das wiederlegen, dass wenn man den Mittelstand als Ganzes anschaut, der kommt dann nicht so schlecht weg. Aber offensichtlich ist es so, dass innerhalb des sogenannten Mittelstands der Untermittelstand schlecht weggekommen ist. Und das kann eine Erklärung dafür sein. Dass also die ganz unten haben sich besser entwickelt, die oben auch. Aber der Untermittelstand, der hat scheinbar verloren bei der Lohnstatistik. Vielleicht wenn man jetzt noch ein bisschen mehr in den Extrem geht und den Vergleich von obersten Managerlöhnen zu den aller tiefsten Löhnen im gleichen Unternehmen. Also die Lohnscherbe, die ja mit 1-12 ein bisschen popularisiert worden ist als Kennzahl. Wenn man das anschaut, die schliesst sich ja minimal. Ist das wirklich entsparte eine Folge von der 1-12-Initiativen oder an was liegt das? Ich glaube, sie schliesst sich in dem Sinn, dass man sieht schon, dass in den letzten paar Jahren, vor allem auch seit der Abzocker-Initiativen, aber auch dank der 1-12-Initiativen, die Spitzenlöhne, die allerschlimmsten, die allerschlimmsten, die allerschlimmsten, die allerschlimmsten, die allerschlimmsten, die allerschlimmsten Löhne der Manager, da sind es vorsichtiger geworden. Und das ist darauf zurückzuführen, dass natürlich die Aktionäre heute mehr zu sagen haben bei den Löhnen. Das hat nicht so viel genützt, wie man gemeint hat, wie sich auch die Initiativen erhofft haben, aber immerhin, sie sind ein bisschen vorsichtiger geworden. Das sieht man auch jetzt bei den öffentlichen Betrieben, wo ja jetzt der Bundesrat scheinbar dafür ist, dass man das bei einer Million abriegelt und dass niemand mehr darf, mehr als eine Million verdienen. Also dort ist man ein bisschen vorsichtiger geworden. Aber insgesamt würde ich sagen, wenn man die Manager-Löhne als Durchschnitt nimmt, zu der unteren hat sich das, ist es etwa gleich geblieben. Also die Schere ist da nicht. Das ist einfach so ein bisschen aus Imagegründen, ist man bei den allerschlimmsten Löhnen ein bisschen vorsichtig geworden und sonst nicht unbedingt sie langer. Okay, eine Zahl, die hast du auch drin, ist wahrscheinlich die verteilungspolitisch am meisten zitierte Zahl, oder zitierte Zahl, das ist der Gini-Koeffizient. Wie hat sich der, der ist ja relativ konstant geblieben in der Schweiz, oder? Ja. Was bedeutet das jetzt? Der ist konstant geblieben und das ist ein bisschen das Phänomen, das ich vorher gesagt habe. Es ist sicher dank, also ein grosser Unterschied zu den Ländern, wo der Gini-Koeffizient ungleicher wurde, das heisst gestiegen ist, ist, dass wir nicht einen Niedriglohnsektor haben wie andere Länder. Wir haben natürlich auch einen Niedriglohnsektor, aber der ist relativ stabil geblieben. Im Gegenteil, die Tieflöhne haben sogar ein bisschen zugelegt im Verhältnis zu den anderen. Das ist sicher ein wichtiger Teil von dem, dass der Gini-Koeffizient etwa gleich geblieben ist in den letzten Jahren. Wir sind aber dort auch nicht so wahnsinnig gut, wir sind dort im Mittelfeld von den Ländern. Es gibt auch dort viele europäische Länder, die natürlich eine gleichere Einkommensverteilung haben, die in den skandinavischen Österreich und so weiter. Und es gibt auch Länder wie die USA, die natürlich einen viel ungleicheren Koeffizienten haben. Wenn man den Gini so ein bisschen international anschaut, haben ja arme Länder sehr häufig eine gleichere Verteilung, also einen niedrigen Gini-Koeffizient. Ist es in diesem Fall gar nicht so schlimm, wenn der bei uns ein bisschen höher ist? Also ist das vielleicht Ungleichheit dort auch etwas Gutes? Das sagen ja teilweise bürgerliche Ökonomen, dass es eine gewisse Ungleichheit braucht, dass die Wirtschaft überhaupt wachsen kann und dass der Wohlstand kann zunehmen, wegen dem Trickle-Down-Effekt. Also die Tröpfchen von oben, wenn die Brossamen unten zu gut kommen, ist mittlerweile völlig wieder light geworden. Wenn man den Querschnittvergleich macht mit dem Gini-Koeffizient, dann sieht man da auch, dass eigentlich eine direkte Korrelation zwischen, sagen wir jetzt einmal Wohlstand im Sinne des Höhe des Bruttoinlandsprodukts, das kann man aber auch anders messen, den Wohlstand, und dem Gini-Koeffizient das nicht gibt. Also es gibt ganze Länder, es gibt arme Länder wie Südafrika, das sind nicht nur die OECD-Länder, es gibt arme Länder wie Südafrika, also relativ arme Länder, die ganz schlecht stehen, die eine ganz ungleiche Verteilung haben. Es gibt auch Chile, die relativ arm ist, die eine ganz ungleiche Verteilung haben. Und es gibt reiche Länder wie die Schweiz und Luxemburg, die zu den reichsten gehören, die so eine mittelprächtige Verteilung haben. Und dann gibt es einige, die auch ganz hohen Wohlstand haben, wie die skandinavischen Länder, die eben auch eine gleichere Verteilung haben, also eine viel gerechtere Verteilung als die Schweiz. Also man kann das eigentlich nicht so sagen. Und in jüngerer Zeit hat soweit OECD wie auch IWF Berichte herausgegeben, die davon warnen, dass die Verteilung immer ungleicher wird. Die Einkommensverteilung, sie beziehen sich vor allem auf die Einkommensverteilung und sagen, mit einer immer ungleicheren Verteilung, das schade im Wirtschaftswachstum und schade in der Wohlstandsvermehrung. Also auch wenn man sie messen, das natürlich immer mit dem Bruderinlandsprodukt, aber ich glaube, man kann das auch auf den Wohlstandsbegriff allgemein ausbreiten. Der Grund, dass Ungleichheit dem Wohlstand schadet, ist was für einen? Ja, ich denke, es ist die alte Erklärung, die eben sagt, du brauchst einen gewissen Konsum an Güter- und Dienstleistungen in der Gesellschaft. Wenn die Lohnempfänger immer weniger bekommen, Kapitalempfänger immer mehr bekommen, dann ist gar niemand mehr da, der Güter und Dienstleistungen konsumieren kann. Und das drückt das Wirtschaftswachstum runter und bringt uns Rezession und Krise. So ein alter Problem, dass niemand eine fünfte Luxusjagd braucht, sozusagen, und dann das Geld gar nicht mehr ausgegeben wird. Zuerst, eine Zahl hast du noch drin, die die SVP auch sehr häufig bringt, das ist die Sozialhilfequote bei Ausländern und Ausländerinnen. Die ist ja doppelt so hoch, glaube ich, wie bei der Schweiz. Warum? Das Interessante ist noch, jetzt würde man ja meinen, das sind die vielen Asylbewerber oder die vielen Flüchtlinge in der Schweiz, das stimmt, viele von den Flüchtlingen. Aber es spielt jetzt in dem Zusammenhang gar keine Rolle, weil zahlenmässig fallen die überhaupt nicht ins Gewicht, sondern es sind wirklich die quasi etablierten Ausländerinnen, Migranten auch schon immer da. Und ich denke, der Hauptgrund ist, dass die einfach zu den tiefen Einkommensklassen gehören. Also wenn man würde bei den Schweizerinnen und Schweizer die tiefen und hohen Einkommensklassen anschauen, dann käme genau das Gleiche aus. Die, die wenig Einkommen haben, die haben einfach die grösste Sozialhilfe, die beziehen am meisten Sozialhilfe, oder auch die Armutsquote, dann ist ja bei denen auch am grössten. Das ist der Hauptgrund. Nicht, ob die jetzt einen Schweizer Pass haben oder nicht. Also eigentlich mehr AusländerInnen haben es eh schwieriger, auf dem Arbeiten zu merken. Und das schlägt dann einfach durch.